Jo Leute, was geht da? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Hier hat man ein richtig geiles Cape. Der sieht wirklich nice aus. Und auf jeden Fall, wir spielen auf der Map Batuu mit dem Kit Tank, weil... Leider ne... Ich spiel mit dem Kit Assassin, weil das N-Man-Kit, das funktioniert leider nicht, denn N-Man-Kit geht irgendwie in Skyros nicht. Ah na... Hab grad Aufnahmen gemacht, hab mich auch auf dieser Map Batuu in die Mitte geworfen, hab mich runtergestürzt, bin dann gestorben. Ja, dann hab ich nachgeguckt. Oh, es hat... Es geht nicht. Das ist ziemlich nice. Ja, wieso denn nicht? Einfach drei Dier-Teile und full Dier sogar. Warte auf mich. Ja, das ist schon so ein Pisser. Ja, der dachte, N-Appel und so. Funktioniert aber leider nicht, das ist so ein Pisser. Ja, Pisser, ja, ist schon so. Ja, das... Das reicht. Oh. Ja, okay, das weiß er. Wir sind beide full Dier, das ist nice. Jetzt gehen wir mal auf den... Auf die... Okay, der erste ist tot. Der zweite hat geleckt. Das wird schon nice. Nice. Etwas Enchantetes sehe ich. Und was ich ansprechen wollte, ich werde morgen streamen. Morgen, was weiß ich, um wieviel Uhr... Ich sag mal... Von 14 Uhr bis... Keine Ahnung, das werden wir sehen. Zwei Stunden vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr. Aber zwei Stunden safe. Okay, der ist erstmal tot. Oh, Mist, die waren also anscheinend... Oh, der eine ist tot. Das ist so gut wie tot. Der eine will gleich hochschwimmen. Das ist aber nicht so eine gute Idee. Ja, okay, der... Ja, toll. Suicidal! Yay! Oh. Ist dein Ernst? Nein! Oh, toll. Auf jeden Fall, das war's von dieser kleinen Folge. Das war nicht so ganz so schlau. Auf jeden Fall, wir werden das jetzt ganz spektakten, denn das war der letzte. Und wir haben verloren. Und das ist doch nice. Auf jeden Fall, das war's von dieser Folge. Schaut morgen vorbei. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ciao. Nochmal.